Der mächtige Odin geht auf eine Reise. Er erleidet Schiffbruch und findet sich auf einer weit entfernten Insel wieder. Aber Morgon rettet den Verhungernden. Sie schenkt ihm einen goldenen Ring und Sterblichkeit und ewige Jugend. Aber Odin bemerkt nicht, dass Morgon ihm eine Krone aufs Haupt gesetzt hat. Es war die Krone des Vergessens. Odin vergisst alles über seine Heimat und über die Außenwelt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich möchte Sie etwas fragen, sitzen Sie an irgendeinem Terminal oder sind Sie ein Teil des Systems? Teil des Systems Teil des Systems Teile System Teil des Systems Teil des Systems Teil des Systems Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020